moin der bitcoin beobachter ist wieder da und ich habe heute mal ein anderes werkzeug zur kursanalyse das ist ja der verlauf des wochenendes hier haben wir einen tiefspunkt am 18.06 heute ist der 20. das muss ja dann am samstag gewesen sein und da waren wir hier bei unter 18.000 17.800 roundabout und ja wie man hier an den zusätzlichen mittelwerten durchschnittswerten erkennen könnte hier immer mal so mit eingeblendet werden gab es hier wirklich wechselnde trends leider ist nicht wirklich viel los gewesen erst gestern hat sich im laufe des tages ein aufwärtstrend hier entwickelt der sich bis jetzt fortzusetzen scheint es sieht also ganz so aus als wenn möglicherweise der bitcoin preis die nächsten tage weiter aufwärts gehen wird allerdings muss ich dazu sagen das ist alles reine spekulation das kann sich auch ganz schnell wieder umkehren insgesamt hat sich über das wochenende so gesehen wenn man mal den niedrigsten punkt übersieht gar nicht so viel geändert bei 20.550 dollar sind wir jetzt das ist ähnlich wie bei meinem letzten video vom freitag in euro sind das 19.580 da allerdings am wochenende das stark abwärts ging haben wir jetzt tatsächlich in 24 stunden plus von roundabout 10 prozent insgesamt war der kurs abfall sogar mehr als zehn prozent auf die woche haben wir minus 24,4 prozent und auf den monat minus 30 prozent sieht also insgesamt alles noch nicht so wahnsinnig gut aus leider ist auch der aktienmarkt immer noch schwer und experten gehen davon aus dass es möglicherweise erst im herbst zu besserungen kommen könnte aber auch das ist natürlich alles spekulativ kann alles was ich sage bitte nicht zur anlage beratung verwendet werden sondern das einfach nur meine beobachtung und das was ich darüber denke und ja muss man mal sehen wie es weitergeht man kann hier bei diesem kurs noch mal ein bisschen anders einstellen von 15 minuten kerzen auf eine minuten kerzen da sehen wir jetzt gerade aktuell dann doch wieder einen leichten abwärtstrend und insgesamt egal ob wir uns jetzt so angucken das sind die letzten stunden seit heute morgen oder ob wir nochmal hier die längerfristige geschichte uns anschauen an diesen durchschnittlichen mittelwerten hier kann man sehen dass im großen und ganzen eine seitwärtsbewegung ist sprich ja auf stark steigende stark fallende preise kann man da kaum hoffen das kann natürlich plötzlich immer irgendwas unvorhergesehenes passieren aber im augenblick sieht das so aus als wenn der kampf um die 20.000 dollar noch ein bisschen weiter gehen wird zumindest in den nächsten stunden und alles weitere muss man abwarten ich werde es beobachten und wünsche einen schönen tag noch auf wiedersehen bis zu meinem nächsten video ja